Auf meiner Tour durch das Internet bin ich immer wieder auf der Suche nach tollen innovativen Betriebssystemen, die zum Beispiel auch ihren eigenen Desktop mitbringen. Und so bin ich auf Deepin Linux gestoßen. Deepin Linux kommt aus China ursprünglich und bringt seinen eigenen Desktop mit, nämlich den Deepin Desktop. Zusätzlich bringt Deepin Linux noch eigene Anwendungen mit, wie zum Beispiel einen eigenen Dateimanager, einen Package-Installer, ein eigenes Terminal, ein Musik- und Video-Abspielprogramm und vieles, vieles mehr. Dennoch war Deepin Linux in der Vergangenheit nicht ganz unumstritten. Denn Deepin Linux wird bis heute von einer chinesischen Firma entwickelt, nämlich Wuhan Deepin Technology. Im Jahr 2018 wurde den Machern von Deepin Linux vorgeworfen, das Betriebssystem und besonders den eigenen App-Store auszuspionieren und somit seine Nutzer auszuspionieren für die chinesische Regierung. In einem offiziellen Statement daraufhin hatten die Macher von Deepin Linux beteuert, dass hier keine Spyware installiert ist. Die Daten, die nach Überprüfung in ein chinesisches Unternehmen namens cncc.com geschickt wurden, dabei handelt es sich um ein Pendant zu Google Analytics, nur eben auf chinesischer Seite. Nichtsdestotrotz hat Deepin sich dann entschieden, die Analytics-Software von cncc.com aus dem App-Store zu entfernen. Ich möchte heute Deepin Linux mal installieren und mir mal die ganzen Anwendungen und vor allem die hochgepriesene Desktop-Oberfläche, dde, also Deepin Desktop Environment, genauer anschauen. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS und heute installieren wir Deepin Linux in der Version 20.3. Die ISO eingelegt und gestartet werden wir im Grub-Menü wie immer begrüßt. Und hier habe ich die Möglichkeit, direkt in das Betriebssystem, in die Live-Umgebung reinzubooten. Und hier sehen wir auch schon mit Kernel Version 5.10. Und nach dem Start sind wir auch schon in der Ersteinrichtung. Dadurch, dass Deepin Linux direkt aus China kommt, ist natürlich die Standardsprache chinesisch. Das können wir aber ändern hier einfach auf Deutsch. Dann hat man hier die Möglichkeit, die Endbenutzer-Lizenz und die Datenschutzerklärung durchzulesen. Also klicken wir einfach schnell auf Weiter. Und das finde ich interessant. Hier hat Deepin Linux erkannt, dass ich dieses Betriebssystem in einer virtuellen Maschine installieren möchte. Und die weisen mich darauf hin, dass es zu einer suboptimalen Leistung führen kann. Das kann ich auch verstehen. Denn, was ich auf den Screenshots zu Deepin Linux schon gesehen habe, handelt es sich bei der Desktop-Oberfläche um viel Transparenz und viel Animation. Und das kann in einer virtuellen Maschine zu deutlichen Performance-Einbußen führen. Wir ignorieren diesen Hinweis und klicken auf Weiter. Hier wird mir jetzt angezeigt, wie die Partitionierung dann aussehen wird nach der Installation. Und ich habe hier die Möglichkeit, das Laufwerk ebenfalls zu verschlüsseln. Auf die Verschlüsselung verzichte ich jetzt im Rahmen dieser Installation in der virtuellen Maschine und klicke auf Weiter. Das Dateisystem ist EXT4 und das finde ich völlig in Ordnung. Ein Backup für die Systemwiederherstellung brauche ich jetzt nicht, nicht für diese Installation und deswegen mache ich den Haken raus und klicke auf Fortsetzen. Nun heißt es abwarten, bis die Installation fertig ist. Und jetzt werde ich gebeten, das System neu zu starten. Und hier sind wir auch im Grub-Menü. Das ist ziemlich hoch aufgelöst, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich drücke einfach auf Enter und dann starten wir in das Betriebssystem. Und jetzt kommen wir wieder zur Sprachauswahl. Vorhin die Sprachauswahl war für die Installation, für den Installer. Jetzt geht es direkt zur Auswahl der Sprache im Betriebssystem selber. Deutsch ist bereits ausgewählt und ich klicke auf Weiter. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Tastatur einzustellen. Auch hier lasse ich es, wie es jetzt ist und gehe auf Weiter. Die Zeitzone zeigt mir Shanghai an. Ich befinde mich aber nicht in Shanghai, sondern in Berlin und klicke auf Weiter. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir ein schönes Bildchen auszusuchen. Hm, als Typ im Internet wähle ich natürlich das süße Kätzchen. Benutzername muss klein geschrieben werden. Okay. Hier ist mein Computername, das ist auch in Ordnung. Und ich wähle für den Benutzertyp ein schweres kompliziertes Passwort und wiederhole dies. Und hier sind wir beim Login-Bildschirm und da ist auch schon mein Profilbild, das süße Kätzchen. So, dann bin ich mal gespannt. So, freundliche Erinnerung. Es wurde erkannt, dass Sie eine virtuelle Maschine verwenden, was sich, und dann ist das hier abgeschnitten, aber möglicherweise sollte das einfach heißen dann, was sich negativ auf die Performance auswirken wird. Effekt-Modus ermöglicht eine besondere Erfahrung. Normaler Modus genießen Sie die schnelle Performance. Ich werde jetzt einfach mal mutig sein und den Effekt-Modus aktivieren. Und jetzt sind wir auch schon drin in der Oberfläche und bevor es richtig losgeht, öffne ich mal ganz fix die Einstellungen und schaue mal, ob ich die Auflösung anpassen kann. Sehr gut. Los geht es mit diesem Begrüßungsfenster, welches ein Video enthält, ein kurzes Vorstellungsvideo. Dieses Video kannst du dir selber in Ruhe mal anschauen. Ich überspringe das jetzt und hier habe ich nochmal die Möglichkeit, zwischen Design-Modus und Leistungs-Modus auszuwählen. Der Leistungs-Modus sorgt dafür, dass das Dock hier unten ein bisschen kompakter gestaltet ist, mit viel weniger Effekten, während wiederum der Design-Modus mit abgerundeten Ecken ist und die Symbole neu angeordnet werden. Ich lasse den Design-Modus und klicke auf Weiter. Hier können wir rechtzügig noch einmal die Fenstereinstellungen verwalten. Zum einen den Effekt-Modus, den wir jetzt haben, oder ich kann auch den normalen Modus einschalten. Dadurch werden die abgerundeten Ecken zu Kanten und wie wir jetzt hier sehen, herrscht keine Transparenz mehr und keine Animationen. Auf schwächeren Rechner macht sich dieser normale Modus dann deutlich besser. Ich lasse jetzt aber den Effekt-Modus, sodass hier wieder eine Transparenz ist und das Ganze ein bisschen weicher einblendet. Das schafft meine virtuelle Maschine schon. Hier kann ich jetzt auch das Symbol-Thema auswählen. Ich lasse den Standard Bloom. Und das war es auch schon und schon sind wir auf der Desktop-Oberfläche. Diese sieht sehr, sehr schön aufgeräumt aus und ich muss sagen, diese Oberfläche erinnert mich so ein bisschen an Windows 11. Woher ich Windows 11 kenne, schaue einfach hier oben auf das i. Hier habe ich Windows 11 schon mal installiert in einem Sonntags-OS. Man könnte sagen, das Design ist so eine Mischung aus Windows 11 und auch ein bisschen Mac, dadurch, dass die Leiste hier unten auch wie ein Dock aussieht. Die Symbole in der Mitte habe ich hier die Möglichkeit, auf Programme zuzugreifen, die ich höchstwahrscheinlich öfters benutzen werde. Und ansonsten gibt es hier links noch zusätzliche Symbole zur Multitasking-Ansicht. Dann wollen wir mal schauen, welche Anwendungen denn so schon vorinstalliert sind. Die Anordnung des Start-Menüs, so nenne ich das Ganze jetzt mal, ist sehr, sehr schön kompakt. Und ich sehe, hier kann man den Modus ändern. Ich drücke jetzt hier mal auf diese Taste drauf und ich nehme mal an, dass das Ganze dann genau aufgeblättert wird, so ähnlich wie bei GNOME. Hier werden die Programme schon mal angezeigt, die ich wohl am ehesten verwenden werde. Und bei Kategorien kann ich mich jetzt hier durch die Kategorien durchsurfen. Als erstes möchte ich mir mal den Web-Browser anschauen. Dieser erinnert optisch ein bisschen an Firefox. Ich bin aber mal gespannt, was das für ein Browser wirklich ist. Es ist ein Chrom-Fork oder ein Chromium-Fork. Das sehe ich hier oben an der Leiste. Und der Name des Browsers ist einfach nur Browser. Sehr kreativ. Des Weiteren gibt es noch eine E-Mail-Anwendung und ein Download-Helper. Bei Musik ist ein Standard-Deep-In-Musik-Player drin, ebenfalls Deep-In-Eigen. In der Kategorie Video gibt es ein Video-Abspiel-Programm, einen Screen-Recorder, einen Sprach-Recorder und eine Webcam-Anwendung. Bei Grafik finde ich einen einfachen Bildbetrachter, ein Foto-Album-Management-Programm. Ich nehme mal an, das Zeichen-Programm wird ein Fork von Krita sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Es handelt sich um ein eigenes Programm namens Zeichnen. Simple Scan ist mit drauf und LibreOffice Draw. Dann gibt es noch zwei Spiele und bei der Büroanwendung ein PDF-Viewer und die komplette LibreOffice-Suite, was ich sehr gut finde, denn lange Zeit ist Deep-In-Linux mit WPS-Office ausgeliefert worden und nicht mit LibreOffice. WPS-Office ist eine Office-Suite, die sehr an Microsoft Office erinnert. Diese ist allerdings nicht Open-Source, sondern ebenfalls eine properitäre Software und LibreOffice als freie Alternative, finde ich, ist für ein Linux-Betriebssystem eine deutlich bessere Lösung. Und hier ist noch ein Text-Editor. Sehr schön, Programm-Cache gelöscht, vielen Dank. Und hier ist noch ein kleiner Editor, der ebenfalls ein eigener Editor von Deep-In ist. Unter Kategorie System finde ich dann noch diverse weitere Anwendungen, wie zum Beispiel den Deep-In-Datei-Manager. Unter der Kategorie System finde ich noch diverse systemeigene Anwendungen, wie zum Beispiel den Datei-Manager. Hier habe ich Zugriff auf alle Ordner und Laufwerke. Des Weiteren gibt es ein eigenes Terminal, ein System-Monitor, der eher an den Windows-Task-Manager erinnert, aber meines Erachtens deutlich hübscher ist, sowie eine eigene Geräteverwaltung. Übersprungen habe ich eben noch den App-Store und den schauen wir uns mal fix an. Deep-In-Linux kommt mit einem eigenen App-Store. Hier habe ich die Möglichkeit, mich auch an einem Account, im Deep-In-Account anzumelden. Dies ist ein chinesischer Dienst und ich nehme mal an, er funktioniert ähnlich wie Google bei uns, wo man sich einen Google-Account anlegen kann. Ich werde mich hier nicht bei einem chinesischen Unternehmen registrieren. Wir werden aber mal einen Blick reinwerfen in ein paar Anwendungen. Es gibt hier zum Installieren schon so auf den ersten Blick so die Standardsachen, zum Beispiel Steam kann ich installieren, aber auch GIMP, Firefox und zum Beispiel auch Inkscape. Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich der VLC-Player, aber auch Audacious ist als Musik-Player mit von der Partie. Und hier links im Menü gibt es eine Ansicht unverzichtbar und hier werden dann alle möglichen Anwendungen aufgezählt oder aufgelistet, die aus Sicht von Deep-In-Linux tatsächlich unverzichtbar seien. Dazu zählt zum Beispiel die Telegram-App, Skype, Discord, dann Corbett als Twitter-Client. Dann haben wir hier noch OnlyOffice als Office-Programm, die Alternative dann zu LibreOffice. Als Video-Editing-Software wird Shotcut und PTV empfohlen. Und dann gibt es noch diverse IDEs, Online-Tools und Browser, sowie Spiele und Kommunikationssoftware wie zum Beispiel WhatsApp oder Zoom. Werfen wir mal einen Blick in die Einstellungen. Das Einstellungsmenü finde ich sehr schön und sehr intuitiv gestaltet. Unter dem Punkt Personalisierung können wir zum Beispiel den gesamten optischen Style auch in den Dark-Modus umschalten, welches etwas besser für die Augen ist. Auch die Akzentfarben lassen sich hervorragend abändern. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Violett. Hier habe ich die Möglichkeit, mich auch noch mal mit einer Deep-In-ID anzumelden. Und ich kann hier sehen, derzeit nur auf dem chinesischen Festland unterstützt. Mit einem Rechtsklick auf den Desktop habe ich noch die Möglichkeit, das Hintergrundbild und einen Bildschirmschoner anzupassen. Und schauen wir mal, was als Hintergrundbild so alles verfügbar ist. Es sieht aus wie die Standard-Stock-Bilder, die es so bei Linux-Distributionen und so weiter gibt. Wie zum Beispiel hier dieser berühmte Canyon oder Aurora. Hier gibt es einen Fisch. Und ich belasse es aber bei dem Standard-Deepen-Hintergrundbild. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Linux wäre natürlich nicht Linux, wenn wir nicht auch mal die Konsole uns kurz anschauen. Deep-In-Linux basiert auf Debian. Somit ist der Standard-Paketmanager, wie üblich, der apt-Paketmanager. Der Kernel, der bei Deep-In-Linux mitgeliefert wird, ist die Version 5.10.60 und somit nur ein kleiner Schritt vom aktuellen letzten LTS-Kernel 5.10.82 entfernt. Was können wir also mitnehmen? Die Installation von Deep-In-Linux ist super intuitiv und sehr, sehr einfach. Auch geht es relativ schnell, je nachdem, wie gut die Internetverbindung ist. Ich finde es sehr schön, dass man hier zwischen zwei Performance-Versionen hin und her schalten kann. Sollte man also einen etwas schwächeren Rechner haben, dann kann man das Ganze so einstellen, dass die Animation und Transparenz-Effekte einfach abgeschalten werden. Im Großen und Ganzen gefällt mir die Deep-In-Desktop-Umgebung sehr, sehr gut. Auch die hauseigenen Anwendungen passen sich sehr schön in das optische Bild von Deep-In-Linux rein. Ob man nun ein Betriebssystem verwenden sollte, welches von einem chinesischen Unternehmen hergestellt wird, muss jeder für sich selber entscheiden. Diese Entscheidung nehme ich niemandem ab. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.